so hallo leute hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten match die mannschaft gegen die ich spiele dies sage ich jetzt nicht das ist ein zungenbrecher bar excellence naja gehen wir es an die mannschaft hat sich insgesamt gut präsentiert Kubicki hat sehr hervorgestochen das habe ich gesehen der Stoch Stoch spielt da oder so 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 eulen nicht dass der Stürmer in die Mitte geht so 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 2-0 so 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 87. minute so so Fuuuuck Der hat da schon mal Geld Ja, rüttelt nichts mehr an dem Ergebnis Knappe Kiste Eine Rote Bis weiter geht es jeder beim nächsten Mal Ich bin der Fanggeber, macht es euch gut Bis dann, ciao und baba